Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin liegt aktuell bei 18.500 Dollar und gleichzeitig haben die ersten Altcoins einen ordentlichen Run hingelegt. Ethereum liegt inzwischen bei 600 US-Dollar und auch Ripple hat zum Beispiel einen sehr guten Run hingelegt. Wir werden natürlich gleich auf den Markt schauen und vor allem uns auch auf den Bitcoin-Chart konzentrieren und uns anschauen, wo die Reise hingehen könnte, was hier aktuell passiert ist und womit überhaupt die Altcoins aktuell rechnen können. Und ich habe gleichzeitig sowohl bullische News als auch bärische On-Chain-Daten. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bleibt also dran, falls dir das Video gefällt, einfach einen Daumen nach oben geben, das hilft mir wirklich sehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir wie immer mit der Marktübersicht. 555 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung nochmal 2% in den letzten 24 Stunden zugelegt. Die Bitcoin-Dominanz, wir sind bei 64% oder knapp sogar drüber gewesen. Hier auf CoinGecko, wir sind jetzt wieder runtergefallen auf 61,3%. Das heißt, die Altcoins konnten hier wieder ein bisschen Boden wieder gut machen. Sie wurden ja eine sehr lange Zeit outperformed und das hat sich natürlich in der Bitcoin-Dominanz bemerkbarer gemacht. Das heißt, die Altcoins machen jetzt hier wieder Boden gut. Ethereum war zwischenzeitlich über 600 Dollar. Ripple bei 55% sticht hier nochmal besonders hervor. in den letzten 7 Tagen über 100% plus gemacht. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass die ersten Altcoins hier wieder einen ordentlichen Run hinlegen können, Boden gut machen können. Ob das aber so bleibt, ist vor allem abhängig von Bitcoin. Das sieht man sehr gut auch in den Lower Timeframes. Wenn Bitcoin von sagen wir mal 18.700 Dollar auf 18.400 Dollar fällt, dann ist der Aufwärtstrend von Ethereum, Ripple und Co. natürlich dann auch ordentlich unter Druck. Das sehen wir in den Lower Timeframes. Wir waren zwischenzeitlich bei 610 Dollar, glaube ich, bei Ethereum. Und da war der Bitcoin-Preis bei 18.700 Dollar. Dann haben wir ein paar hundert Dollar runter korrigiert und die ganzen Altcoins sind natürlich dann auch mit nach unten gekommen. Es passiert im Endeffekt jetzt das, was wir vermutet haben. Die Altcoins werden sich dann erst bewegen, wenn Bitcoin ein bisschen sich beruhigt in den höheren Timeframes. Konsolidiert Bitcoin im Endeffekt. Wir sind nicht über die 19.000 US-Dollar gekommen. Und das hat jetzt natürlich die Altcoins auf den Plan gerufen, diese Chance zu nutzen und dann auch nochmal diesen Weg hinterher zu gehen und dann auch nochmal diese Profite dann auch hinterher zu legen. Ich habe heute Mittag eine neue Community-Umfrage gestartet und ihr lagt wieder mit der Mehrheit richtig bis jetzt. Es wurde kein neues Hoch bei Bitcoin erreicht, obwohl wir zwischenzeitlich ja auf dem Weg dorthin waren. Also wenn ihr diese Umfragen auch hier mitnehmen möchtet oder auch daran teilnehmen möchtet und die Ergebnisse sehen möchtet, einfach in die Coincheck-TV-Telegram-Gruppe reinkommen bzw. den News-Channel reinkommen. Link dazu in der Videobeschreibung. Starten wir mit den bärischen On-Chain-Daten, damit wir gleich auch noch auf die bullische Perspektive schauen können. Da gibt es wirklich sehr interessante News. Bei der bärischen Perspektive hier mit den On-Chain-Daten können wir die Bitcoin Days Destroyed anschauen, also wie viele Bitcoin-Tage zerstört wurden. Bitcoin-Tage sind ja Tage, an denen die Bitcoins auf einer Wallet liegen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bitcoin kaufst, auf deine Wallet transferierst und drei Tage wartest, sind diese Bitcoin drei Tage alt. Und jedes Mal, wenn man sie transferiert, werden die Tage sozusagen zerstört. Und da kann man sehr gute Vergleiche ziehen oder sehr gute Metriken ableiten, aus denen dann hervorgeht, wie lange dann Bitcoins im Endeffekt liegen bleiben und vor allem dann auch eine Metrik dafür geben, vor allem für smarte Investoren, die sehr lange jetzt ihre Bitcoins liegen haben. Und wenn sie dann ihre Bitcoins transferieren, werden sehr viele Tage zerstört. Und das ist ein Indiz dafür, dass vor allem Smart Money jetzt ihre Bitcoins bewegt oder ihre Bitcoins bewegt haben. Ob sie dann im Endeffekt verkaufen oder einfach nur transferiert wurden, ja, das kann man nicht wirklich ableiten. Aber das ist immer wieder ein Indiz dafür, dass vor allem Wale, die sehr lange ihre Bitcoins auf den Wallets liegen lassen haben, jetzt aktiv werden. Es gibt aber auch trotzdem andere Statistiken, die das Ganze auch nochmal in Frage stellen. Es gibt auch immer wieder Verhaltensmuster, wo vor allem Smart Money auch irgendwie den Boden verkauft. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Das heißt, es ist jetzt keine Schlussfolgerung darauf, dass jetzt diese Bewegung, weil jetzt sehr viele Bitcoins, Bitcoin-Tage zerstört wurden, jetzt hier einen Dampf verursachen wird. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten, dass sehr viele Bitcoin-Tage aktuell zerstört werden. Bedeutet, sehr langfristige Bitcoin-Wallets wurden aktuell aufgelöst oder halt die Bitcoins da drin wurden halt bewegt. Kommen wir zu der Bullischen News. PayPal und Square kaufen jeden neuen Bitcoin und mehr. Was bedeutet das? Diesen Artikel habe ich heute Nachmittag gepostet. Es geht einfach darum, um Nachfrage und Angebot. Seit dem Halving haben wir 6,25 neue Bitcoins alle 10 Minuten und PayPal und Square kaufen aktuell pro Tag mehr, als wir aktuell an Bitcoin-Inflation haben. Das geht hier aus diesem Pantera Capital-Bericht hervor. Die haben hier mit dem ItBit-Volumen das Interesse bzw. die Nachfrage von PayPal zum Beispiel hochgerechnet oder extrapoliert. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass wir hier allein durch zwei Unternehmen die neuen Bitcoin sozusagen direkt aufkaufen. Natürlich kaufen die nicht die neuen Bitcoin ein, aber um das mal als Relation zu setzen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und überlegt euch, das sind nur zwei Unternehmen. Wir haben sehr viele andere Unternehmen, die inzwischen auch für sich selber in Bitcoin investieren oder auch für institutionelle Anleger investieren, sowie Grayscale. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr bullish. Wir haben während des Halvings oder vor dem Halving immer wieder darüber gesprochen, dass diese Angebotsverknappung zu höheren Preisen führen kann, wenn die Nachfrage mindestens gleich bleibt. Und wir sehen aktuell, dass wir diese Angebotsverknappung hatten oder immer noch haben. Das heißt, die Inflation wurde halbiert, aber gleichzeitig steigt die Nachfrage immer mehr, weil vor allem hier Unternehmen wie PayPal oder Square immer mehr Bitcoin kaufen müssen, weil ihre Kunden die dann auch kaufen wollen. Und das bedeutet, dass wir diese Preisbewegung vor allem auf diesen Mechanismus natürlich auch zurückführen können aktuell, dass durch diese Angebotsverknappung und die Nachfragesteigerung dann diese Preise auch entstanden sind und vor allem auch wirklich sehr gesund entstanden sind. Nicht wie 2017 durch Hype und durch Hinterherrennen und FOMO, sondern einfach durch organische Nachfrage bei Kunden, vor allem bei Unternehmen, die Kunden bedienen. Und wenn nicht, reicht es glaube ich aus, wenn ich sage, dass sie 7,5 Billionen, also nicht Milliarden, sondern Billionen US-Dollar verwalten. Und der CIO von BlackRock ist hier bei CNBC, das heißt auch nicht im kleinen Sender regional, sondern bei CNBC und redet über Bitcoin und vergleicht es mit Gold und stellt vor allem die Vorteile von Bitcoin gegenüber Gold hervor. Da ging es halt darum, ja warum ist der Goldpreis nicht so stark am Performen wie der Bitcoinpreis und der CIO von BlackRock sagt die Sachen, die wir schon bereits kennen, das brauche ich nicht wiederholen, aber sehr, sehr positiv auf jeden Fall, dass auch der CIO von BlackRock zum Beispiel hier sehr, sehr positiv über Bitcoin im Fernsehen spricht. Falls du auch traden möchtest, kann ich dir BuyBet und Femex empfehlen. Dort gibt es wirklich sehr attraktive Boni aktuell, neu bei Femex sogar 680 Dollar. Wenn ihr da bestimmte Kriterien erfüllt, das könnt ihr alles noch nachlesen, in der Videobeschreibung sogar auch für bestehende Nutzer von Femex können diese 600 Dollar vor allem dann auch in Anspruch nehmen. Schaut es euch gerne in der Videobeschreibung an. Kommen wir jetzt zum Bitcoin-Chart. Im letzten Video am Freitag waren wir genau hier um den Dreh. Das heißt, ich habe euch hier dieses Bullish Penant-Formation, diese Bullish Penant-Formation gezeigt gehabt, habe euch aber auch gesagt, das hat jetzt noch keine hohe Relevanz, weil wir hier nur zwei Berührungspunkte jeweils haben, also hier oben und hier. Und was dann passiert ist, dass wir diesen dritten Berührungspunkt auch nochmal hatten, am gleichen Tag sogar, abends. Und danach sind wir hier weiter runter korrigiert, bis auf 17,7 ungefähr. Und dann hier rausgebrochen und nochmal ein neues Hoch erzielt mit 19.000 Dollar knapp. Was sehr interessant war, ist, dass man von dieser Welle hier unten, von der Konsolidierung bei 15,7 bis hier hoch, auf das neue Hoch, was wir gebildet haben, 18,5, also das FIP-Extension, zu dieser Korrektur dann auf 17,2, also von hier oben in die Spitze, hier runter das FIP-Extension, das kann man sich so wie dieses Fibonacci-Retracement sich betrachten mit den Werten. Der erste wichtige Faktor war hier 61,8%. Genau dort haben wir das Ziel erreicht. Und danach sind wir jetzt hier am Konsolidieren. Die Schwankungen sind sehr hoch. Wir hatten hier diese sehr starke Korrektur gestern, bis auf 17,6, wo wir hier so eine V-Korrektur gesehen haben, was sehr, sehr bullish war. Aber wir konnten das Ganze jetzt hier nicht noch weiter bullish auflösen, was sehr positiv auf jeden Fall ist, dass wir hier diesen Abverkauf, diesen wirklich sehr starken Abverkauf, über 1.000 Dollar, hier sehr schnell und sehr stark aufgekauft haben. Das werden wir auch sehen, wenn wir hier zum Beispiel das Volumen hier uns nochmal anschauen im 15-Minuten-Chart, dass wir hier einen Peak hatten. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Aber, wie gesagt, das Ganze wurde jetzt noch nicht bullish aufgelöst. Wir konsolidieren jetzt hier immer noch weiter. Aktuell ist es wirklich so, dass wir keine neuen Hochs bilden können, aber auch keine tieferen Tiefs. Das heißt, dass wir hier weiter rein konsolidieren. Es kann sein, dass das hier sich natürlich noch weiter zuspitzt hier und dass wir dann hier weiter konsolidieren und dann in eine Richtung ausbrechen. In welche Richtung wir ausbrechen, das kann ich euch natürlich aktuell nicht sagen. Aktuell sieht es wirklich danach aus, dass wir weiter konsolidieren. Auf der einen Seite vielleicht auch gut für den Bitcoin, dass wir dann ein bisschen Luft reinkriegen, wieder in den Tank oder Gas in den Tank reinkriegen und gleichzeitig natürlich die Altcoins auch hier weiter performen können. Wir haben 500 Dollar Marke erst am 20. November, also vor drei Tagen erreicht. Das hatte ich bei uns im Telegram-Channel gepostet. Und das war schon ein wirklich neues Hoch seit 2018 und das haben wir weiterhin durchbrochen. Bis auf 608 Dollar sind wir gekommen und diese Bewegung hier unten, darauf müsst ihr jetzt aktuell achten, wenn ihr zum Beispiel Ethereum traded auf Bybit oder wo auch immer, dass ihr natürlich den Bitcoin-Kurs auch im Blick habt, weil diese Bewegung hier runter ist hervorgegangen durch die Korrektur von Bitcoin, habe ich am Anfang ja schon erzählt, als wir von 18.7 auf 18.3 gefallen sind und da korrelieren die Altcoins natürlich sehr, sehr stark, auch wenn natürlich der Aufwärtstrend hier immer noch weiter intakt ist. Bleibt auf jeden Fall aber vorsichtig, lauft jetzt nicht irgendwelchen Altcoins hinterher, die schon ordentlich Gains hingelegt haben, ordentlich gepumpt sind. Informiert euch immer über die Altcoins, macht nicht die Fehler, die die breite Masse 2017 gemacht hat, nur auf die Kurse geschaut und versucht ja das Geld zu verdoppeln oder zu verdreifachen oder von 100x gesprochen. Informiert euch über die Projekte, wenn ihr investieren wollt, wenn ihr traden wollt, könnt ihr das natürlich auch so tun, wenn ihr einfach den Chart euch anschaut, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, aber lauft auf jeden Fall nicht da irgendwelchen Coins hinterher, die schon ordentliche Kursgewinne hingelegt haben, dann seid ihr auf jeden Fall langfristig, vor allem dann auf der sicheren Seite. Ja, das war auch schon das Video für heute und der Content für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Falls ja, lass doch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Danke für das positive Feedback hier vom letzten Video. Vielen Dank dafür. Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.